so da sind wir wieder entschuldigt die vielen abbrüche aber meine tochter spinnt ein bisschen rum sag ich es mal so wie wäre es wenn wir denn die echurine machen von der ich gerade nicht weiß wo sie ist ja super idee suchst du sie? guck mal vor allem was hat er keine rechte hier zu bauen das ist mein haus natürlich habe ich rechte hier zu bauen ja guck mal das schild ach nee der vergisst auch alles ich könnte jetzt ein dumm schrocken ich darf nicht zu viel schlechtes sagen ja wauzi ist so toll ja leim ich grüße ganz lieb wauzi ja hallo wir hätten gern die drei grundstücke noch ja die werden wir nie kriegen aber ist ja auch egal gibt ja noch genug andere will ich mal nicht so sein jetzt auf einmal ja sag nicht zu viel er hört ja alles was wir reden so wo geht es denn hier hin sind da schilden also ich weiß nur wie es zum dämmerfelsen geht ja den können wir auch machen aber das ist eigentlich langweilig ja alles zeigen ne ok dann gehen wir zum dämmerfels bei mir lädt es aber sehr langsam gerade aber das ist bei mir häufiger deswegen weiß ich gerade nicht wo ich bin aber doch jetzt weiß ich es ist das denn die art einfach durch leute durchzulaufen höff ich hab dich nicht gesehen so die ronimo und die haxen gebrochen jawohl auf geht's zum dämmerfeld aber das ist schon leicht nervig dass man immer am verhungern ist jetzt naja bei mir fehlen gerade mal drei essensbalken drei helder bin ich einfach zu fett oder was dein magen ist zu groß geworden du hast ihn immer überfittert deswegen hat er jetzt mehr hunger guck mal ich kann unter die erde gucken aber da ist leider nichts auch wie komme ich da jetzt wieder hoch hier oi perfekter anfang perfektes erstes video ist da immer irgendwas schief gell ja oh guck mal ein neuer ja als hätte er unser video schon gesehen genau da sieht man auch auf welchem server wir spielen auf dem server independence die genauen daten die auf dem server join könnt werden wir in den video beschreibungen verlinken wir werden niemanden dumm sterben lassen und auch welches texture pack wir benutzen das werdet ihr alles dort finden können guck mal jetzt auf der kleinen strecke ich habe gesagt mir fehlen drei essensbalken jetzt fehlen mir schon fünf ja ich sag doch aber wir haben ja unsere eigenen schweinesborner moin hat er mal auf die uhr geguckt frag ihn doch also ich bin so beschäftigt weißt du ich weiß nur die echte ruine war nicht hoch achja wauzi kennt jeden ja 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 heißt verschwoll mich mit details ich sag doch gar nix so dämmerfelsruine gehen wir mal rein so ich habe dich gewarnt dieser ort ist gefährlich wenn du hier stirbst bist du selber daran schuld ja das wird sicher das ein oder andere mal passieren so hier sieht man zum beispiel untergeschoss also erstes untergeschoss lava sprung zweites untergeschoss spinnenlabyrinth und drittes untergeschoss bewegliche blöcke das war jetzt nicht der dungeon oder doch das ist der mit dem lava mit den da geht der treffe nach oben da ist nix ich glaube ich habe da schon 10.000 mal nach oben geguckt keine ahnung man fällt immer wieder drauf rein gell so unseren trick weil wir ja zu zweit sind wie viele level hast du äh das fragst du mich nachdem ich vorhin gestorben bin ach so okay du springst weil ich habe 44 ja okay mit meinem imberbogen ja ist klar wo bist du denn schon wieder ja ich bin schon im lava raum ja wo ist denn der ach gott pro gaming vom feinsten oh ja da ach da geht es ja runter ach gucke mal ach ne wirklich ach ne guck mal äh ich brauch mir wolle ja gar nicht scheiße ja guck mal her ach so sonst wirst du es ja vielleicht noch aus Versehen ins lava komm komm ja moment du ich hoffe du hast nicht viel davon dabei weil viel kommt hab ich auch nicht mehr so der rest ist unwichtig und voll das wie viele sind das nimm die mal 5 ja da war halt so bitteschön du schaffst die eigentlich auch ohne zu also ohne sprinten ja super also leute wünscht mir glück soll ich auch runter gehen naja wir cheaten ein bisschen da wir die vorteile haben dass wir zu zweit sind wenn man schon die vorteile hat kann man sie auch nutzen gell so und weiter geht's auch ohne sprinten ja ich seh grad nix dein suppengesicht was für suppengesicht moment grad mal die fingerneuse pfff alter das hab ich grad hast alter der springt nicht richtig bei mir ach das sind die typischen ausreden so jetzt seh ich nix weiter geht's gleich sind wir da hier kannst du einfach runter rennen mit sprint sag das doch mit sprint ey nein 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 wie wärs mit ner anfrage weil du bist eh gleich tot von daher ich doch nicht wo bist du jetzt ich bin zuhause achso landest ja im wasser der ist cheater also mit mit sprint runter rennen einfach das ist cheaten ja vom feinsten so jetzt geht's in den nächsten raum war hier irgendwas hinter der tür doch hier unten ist ne kiste da ist der ausgang da geht's nach draußen nach oben wenn du keinen bock mehr hast wie wärs mit beschilderung ja irgendwie fehlt die hier aber ich hab's dir ja gesagt ne du hast echt einen drin ja aber ich hab deine pfeile jetzt weggeworfen pfeile lass ich drin ähm was kann ich denn noch wegwerfen du musst da weißt was ich jetzt mach du wartest jetzt kurz hier ich geh nämlich kurz nach hause und tu alles in die gerümpelkiste wie wir es immer machen da haben wir es später wieder schön zu sortieren begeisterung obwohl ne ich tu die wolle einfach in die wollekiste und dann habe ich auch wieder genug Platz kohle wolle 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 so jetzt gebe ich den Backbefehl ein und bin wieder hier